Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zum Teamstag. Auch ich werfe mit euch einen kleinen Blick auf das vergangene Jahr. 2018 hat sich einiges getan. Mein persönliches Highlight war die BerlinCon, auch wenn es extrem heiß war. Ich durfte euch unseren Prototypen von uns Galaxy präsentieren und dazu gibt es auch ein Video mit Alex vor Ort, das ihr auf dem Hunter & Con Kanal nachschauen könnt. Auch Essen war für mich sehr prägend. Wir haben zum ersten Mal einen großen Würfel an der Decke platziert, damit ihr uns schneller findet und wir haben unseren Scooby vorgestellt. Viele Gesichter und es werden dieses Jahr sicher noch mehr. Damit wir mehr Spiele erreichen, sind wir auch auf anderen Kanälen aktiv. Vielleicht schaut ihr mal bei unserem YouTube-Kanal vorbei oder folgt uns auf Instagram. Ja, was war noch? Ich habe mir den beliebtesten Beitrag auf der Facebook-Seite rausgesucht, auf unserer Seite und das war das Ergebnis von unserer Sommerumfrage mit dem Titel Wie informierst du dich über Brettspiele? Die Gewinner waren Hunter & Con, gefolgt von Board Game Geek-Webseite und der Brettspielwiese. Auch 2019 wollen wir weiterhin eure Meinungen hören und aktuell haben wir auch wieder eine Umfrage zu Brettspielen. Dann sage ich jetzt mal schon Danke fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal. gegangenikle Wie und immer. Ciao. commission! Vielen Dank.